Hallo, herzlich willkommen zum neuen fortnite shop. Auch heute schauen wir gemeinsam was zu neues in den shop hineinkommt. Okay, der Shop ist da, dann scrollen wir mal hoch. Die Sachen sind alle noch da. Metallmaskenpaket, Athletische Assassinen, das ist aber noch. Kürerpaket, Elite Eindringling, die Kranig-Technik. Kobra Kai ist wieder zurück. Okay, nichts Spektakuläres, gucken wir uns mal an. So, dann gucken wir uns mal an. Also, Kobra Kai, hier das Karate-Ko-Paket, ist nach 75 Tagen zurück. Hat hier fünf Mädels am Start. Verschiedene Stile. Die Stilvorschau können wir mal gucken. Wie in Rot und in Weiß. Und verschiedene Mädels kann man sich ausmachen und suchen, welches einem gefällt. Dann haben wir hier die Herren. Da ist einmal Jones. Dann haben wir die Kranig-Technik. Auch dies nach 75 Tagen zurück. Dazu gibt es dann hier, wie heißt das? Das Mieges-Leeren. Als Backblink. Die Kobra-Münze. Dojo-Logo. Als Axt. Und noch den Fluch der Kobra. Alles, wie gesagt, nach 75 Tagen zurück. Hier unten alles nochmal einzeln. Wir auch. Dann machen wir weiter mit dem Vorgestellten. Da haben wir den Elite-Eindringling. Der ist nach 25 Tagen wieder zurück. Und das Kura-Bundle. Nach 37 Tagen. Hier einmal mit dem Skin. Mit Backblink. Dazu gibt es dann die Blockbeile. In zwei verschiedenen Farben. Hier einmal mit Herzchen. Und einmal normal. Und dazu gibt es den klinischen Adler. Der hier dann der, was weiß ich, pinke Adler ist. Und der Skin in dem anderen Stil sieht so aus. Oder auch nicht. Zeigt er uns nicht. Gehen wir mal rein. So. Also in rosa, pink. So, hier nochmal alles einzeln. Und dann gehen wir in die nächste Seite. Da haben wir das Metallmaskenpaket. Das ist nach... 39 Tagen wieder zurück. Hier einmal mit der Zali. Kann man hier Stile freischalten. Einmal in Arktis. Und einmal im Dschungel. Hier haben wir die Eisenfratze. Auf die in Arktis und in Dschungel freizuschalten. Hier sind die Stachelkolben. Da sind die Stile schon vorhanden. Ja, dann machen wir weiter mit der athletischen Assassinin. Die ist nach... 28 Tagen wieder zurück. Hier mit verschiedenen Stilen auch. Dazu gibt es dann das... Backblink Fashion Holster. Dann gibt es Bonbon Prügler dazu. Auch die sind nach 28 Tagen zurück. Und dann gehen wir in die täglich vorgestellten. Da haben wir den Scherpenfeldwebel. Der ist nach 28 Tagen zurück. Die Einsatzleiterin ist nach 46 Tagen zurück. Hier verschiedene Stile. Und das Backblink-Signal. Knoten. Passt sich jetzt nicht an, weil ich drauf warte. Okay. Dann haben wir den Todes-Tal-Axt hier. So ein Schädel mit Hörnern. Nach 42 Tagen wieder zurück. Dann haben wir den Wellengang. Das ist nach 40 Tagen zurück. Jitterberg ist nach 51 Tagen zurück. Komm schon. Nach 36 Tagen. Dann haben wir hier noch die Jordan-Pakete, die ja gestern schon drin gewesen sind. Dann haben wir noch Mary Jane Watson. Auch noch am Start. Mit dem grünen Kobold-Paket. Ja, und das war schon mit dem Shop für heute. Mahalo zum nächsten Mal. Ciao, eure Sam. Bis zum nächsten Mal.